Der YouTuber HeyWolfi ist jetzt vollends verrückt geworden. Zu diesem Schluss kann man zumindest kommen, wenn man sich seinen neuesten Videotitel anschaut. Wagenknecht und AfD. Gehen wir vor einem neuen Nationalsozialismus. Das Wort Nationalsozialismus hat in Deutschland eine ziemlich klare Bedeutung. Es bezieht sich auf die NSDAP, die unser Land von 1933 bis 1945 regierte, die den Weltkrieg angefangen hat, die den Holocaust begangen hat. Und ja, das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD in die Nähe davon zu rücken. Alleine durch diesen Titel ist es schon maximal widerlich. Aber schauen wir uns mal an, was HeyWolfi in diesem Video hier zu sagen hat. Entweder, und das hoffe ich für ihn, das ist wirklich ein widerwärtiger Clickbait-Titel oder es wird auf eine NS-Relativierung hinauslaufen. Aber schauen wir mal. Die Alternative für Deutschland, die AfD, steht vor einigen großen Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und in allen drei Bundesländern könnte sie, sofern man Umfragen Glauben schenken darf, wohl durchaus damit rechnen, die stärkste Kraft zu werden. Und Koalitionen, um eine Regierung der AfD zu verhindern, ja, die könnten unter Umständen extrem wackelig werden. Einfach auch, weil man fast in jeder Konstellation das Bündnis Sarah Wagenknecht braucht, das BSW. Ja, würde ich auch sehen. Also das würde ich tatsächlich auch so sehen. Schon mal am Anfang. Also ich bin ein bisschen voreingenommen, ich sympathisiere mit dem BSW. Ich bin kein Parteimitglied des BSWs, aber ich wünsche dem BSW für die Wahlen im Osten alles Gute. Und wenn man sich so anschaut, was CDU und SPD so machen, dann werden die zu keinen substanziellen Zugeständnissen zum BSW bereit sein. Also es wird wahrscheinlich, zumindest meiner Ansicht nach, keine Koalition zwischen CDU und BSW geben. Das ist so gut wie ausgeschlossen und Koalition mit den Grünen hat Wagenknecht ja sowieso schon ausgeschlossen. Also die Grünen, die kommen aber sowieso in keinen Landtag. Das heißt, das ist ja für die Mehrheitsbildung in Ostdeutschland irrelevant. Aber auch CDU und SPD werden zu keinen substanziellen Zugeständnissen bereit sein. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch keine Koalition geben. Doch ein Bündnis mit Wagenknecht, um eine AfD-Regierung im Osten zu verhindern, wird vor allem durch die Namensgeberin Sarah Wagenknecht selbst sehr schwierig, weil Wagenknecht Bundespolitik aus Voraussetzung für eine Zusammenarbeit in den Bundesländern macht. So will nämlich das BSW nun mit Parteien zusammenarbeiten. Warte, 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 warte. Jetzt war mein Bild gerade im Weg. Der beflussende SPD für die Stationierung von US-Raketen, die die Kriegsgefahr für Deutschland erhöhen, ist fatal. Im Deutschlandfunk-Interview erläutere ich, warum die Landtagswahlen im Osten auch eine Abstimmung über Krieg und Frieden und die Politik der Ampel sind. Absolut richtig. Wie gesagt, das war ein strategischer Meisterstreich, die Friedensfrage und die Stationierung der US-Raketen in Deutschland zum Thema bei den Landtagswahlen zu machen. Also das ist ein Thema, was nicht nur die meisten Wähler interessiert, sondern was sehr, sehr relevant ist. Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie es mit diesem Land weitergehen soll, wenn es einen Atomkrieg gibt. Und auch dieser Krieg in der Ukraine, der muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist erstens brandgefährlich, was da passiert. Und zweitens sterben da jeden Tag tausende Menschen. Das Gleiche gilt für den Krieg im Nahen Osten. Sowohl die Kriege im Nahen Osten als auch in der Ukraine werden ja durch deutsche Waffen und deutsches Geld unterstützt. Also über dieses Thema kann man gar nicht häufig genug reden. Und man muss das auf die Landesebene zerren. Und es ist sehr, sehr gut vom BSW, dass es genau das gemacht hat. Und das ist Bundesthema, das ist auch das dümmste Argument überhaupt. Es wird auch ständig über Migration, ständig über Wirtschaftspolitik geredet. Wir haben gerade auf eine Sendung vom MDR reagiert, wo es hauptsächlich darum ging, obwohl das auch Bundesthemen sind. Also es wird bei Landtagswahlen immer über Bundesthemen geredet. Das ist völlig normal und dass das BSW hier jetzt mal die Friedensfrage ins Zentrum rückt. Dass es auch als Landesregierung verspricht, also eventuell Landesregierung verspricht, sich querstellen zu wollen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Politik. Bundesländern macht. So will nämlich das BSW... Das ist eine hochgefährliche Entwicklung. Billigt die Bundesregierung jetzt auch, dass die Ukraine mit deutschen Waffen nach Russland vordringt? Das wäre die nächste rote Linie, die überschritten wird. Ja, definitiv. Das, was da gerade in Kurs passiert, dass deutsche Panzer wieder auf Kurs scrollen, dass der Ukrainer mit Nazi-Symbolen mitten in Russland posieren auf deutschen Waffen. Das sollte uns eigentlich nachdenklich stimmen. Und das hat einen Verhandlungsfrieden nochmal ungescheinlicher gemacht. Also das ist für die Ukraine gar nicht gut, was da passiert. Also Russland wird jetzt seine Bedingungen, die für einen Frieden notwendig sind, vielleicht noch einmal verschärfen. Dieser Krieg wird noch länger dauern. Also diese Offensive, die war sogar militärisch unsinnig. Die hat nur zu neuem Leid, zu neuen Toten geführt. Und die wird diesen Krieg nicht einem Ende näher bringen, sondern sie wird eher dafür sorgen, dass dieser Krieg länger dauert. Und sie macht einen russischen Sieg. Wahrscheinlich hat die Ukraine dort wichtige Reserven verbraucht, die sie eigentlich brauchen würde, um die Front vor Pakhovs zu halten. Die PSW nur mit Parteien zusammenarbeiten, die der Linie des Bündnisses in Sachen Ukraine folgen. Und diese Linie ist sehr vereinfacht gesagt, das Ende jeder Unterstützung der Ukraine und ein Zuwenden zu Wladimir Putins Regime in Russland. Und wenn das nicht klappt, hat das BSW jetzt auch eine andere Option öffentlich ins Spiel gebracht. Die Unterstützung der AfD. Das ist natürlich maximales Framing. Also erstmal Unterstützung von Wladimir Putins Regime in Russland. Einfach ganz normal mit Handel mit Russland treiben. Also das framet er jetzt hier als Unterstützung. Und jetzt die Unterstützung der AfD. Ja, man stimmt für vernünftigen AfD-Anträgen zu. Wenn die AfD jetzt sagt, ja, wir sind auch gegen die Stationierung von US-Raketen her, hier natürlich stimmt man dem zu. Also wenn die AfD was Vernünftiges sagt, dann lehnt man das nicht ab. Das ist eine sehr, sehr vernünftige Linie, die das BSW hier fährt. Und die weicht auch deutlich vom hysterischen Umgang der anderen Parteien mit der AfD ab. Und die bringt die ganze Politik zurück auf eine Sachebene und führt die Gesellschaft damit auch ein Stück weit wieder zusammen. Also es sind ja solche Hetzer wie Hellwolf, die unsere Gesellschaft maßgeblich spalten und die die Politik der etablierten Parteien hier aufs Messer verteidigen. TV sagte nämlich die BSW-Spitzenkandidatin für Thüringen. Also wo wir schon bei Spaltung der Gesellschaft sind. Also nochmal der Videotitel. Wagenknecht und AfD stehen wir vor einem neuen Nationalsozialismus. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie er zum Ende auf dieses Fazit kommt. Aber alleine dieser Titel, das ist eine Rhetorik der absoluten Feindschaft. Also viel schlimmer geht's nicht mehr. Im Bundesland von Björn Höcke, Katja Wolf, folgendes. Hey, ja, ihr hättet jetzt gedacht, dass Katja Wolf kommt, oder? Ich hätte mich auch gefreut, sie euch zeigen zu können. Aber RTL Deutschland hat entschieden, dass die Werteverbreitung eines politischen Interviews vor einer Kommunalwahl bzw. einer Landtagswahl, ja, komplett eingeschränkt wird. Das heißt, NTV bzw. RTL Deutschland hat entschieden, dass jede Weiterverbreitung dieses Materials verboten wird. Und das Video, das diese Inhalte verwendet, komplett gesperrt wird. Also keine Einschränkung nicht, das wird komplett gesperrt. Komplette Sperrung. Und dementsprechend bin ich jetzt... Das ist übrigens ein Missbrauch der Copyright-Funktion. Also sowas müsste eigentlich untersagt werden. Also das ist illegal. Man darf Sachen zitieren. Und ich erzähle euch jetzt ganz kurz nach, was da passiert. Und zwar sagt im Endeffekt die Frau Wolf nichts anderes als, ne, wir arbeiten nicht mit Extremisten zusammen. Nachfrage, Extremisten, ist das die AfD? Sie sagt ja. Und dann sagt sie kurz danach aber, ja, aber wir müssen uns schon überlegen, wie das denn eigentlich funktioniert. Weil wir leben ja in einer Demokratie. Und da geht es halt eben darum, wer am Schluss für welche Sachen zustimmt. Also die Parteilinie ist ziemlich klar. Er schwurbelt das hier. Also ich habe letztens auf ein Video von Olli reagiert. Der hat auch die ganze Zeit rumgeschwurbelt. Und da versucht, irgendwelche Widersprüche aufzumachen, wo keine waren. Also das ist ja auch, was viele Leute nicht verstehen. Sowohl aus dem Mainstream als auch von der rechten Seite. Die Parteilinie des BSWs ist, keine Koalition mit der AfD, aber vernünftigen Anträgen der AfD wird zugestimmt. Das ist auch die Parteilinie gegenüber den Grünen. Also auch mit den Grünen wird es keine Koalition geben, aber vernünftige Anträgen der Grünen wird zugestimmt. Das ist doch eigentlich relativ leicht zu verstehen. Ihr merkt, ich kann das in zehn Sekunden erklären. Das ist nichts, was irgendwie kompliziert wäre. Aber es sind solche Leute wie Hey Wolfi oder die ganzen Mainstream-Medien, die ganzen etablierten Parteien und auch das AfD-Vorfeld, die da bewusst versuchen, irgendwelche Widersprüche aufzumachen, irgendwie Verwirrung zu stiften, wo die Linie eigentlich relativ klar ist. Was interessiert, geht auf die Seite von NTV, auf YouTube? Ja, vielleicht. Und das ist tatsächlich was, was man bei BSW-Spitzenpolitikern noch mehr wünschen könnte, dass die das klarer kommunizieren. Also die Linie ist ja klar und die müsste man jetzt immer so ziemlich in den Worten, wie ich sie gerade zusammengefasst habe, auch kommunizieren. Da müsste man sagen, ja, Koalition mit der AfD. Nein, aber vernünftigen Anträgen wird halt zugestimmt. Also das ist doch, wie gesagt, weniger als zehn Sekunden, in denen man das erklärt hat. Das geht total schnell. Schaut es euch an. Ich verstehe nicht, warum RTL so handelt, aber so ist es jetzt. Also stellt euch einfach vor, dass ich die linken Politikerin Katja Wolf bin und euch das jetzt so gesagt habe. Tut mir leid, ich muss es so machen. Es ist scheiße, aber hey, so ist YouTube Deutschland. So ist die politische Landschaft. Man darf kein Material verwenden von Nachrichtensendern. Es ist Bild, aber gut, das ist Urheberrecht. Man kann es natürlich auch so für sich nutzen. Es ist ein Missbrauch des Urheberrechts. Ich würde behaupten, wenn man dagegen juristisch vorgehen würde, würde man vielleicht Recht bekommen. Aber ja, kein Mensch geht wegen eines YouTube-Videos da juristisch gegen vor. Aber das machen die Öffentlich-Rechtlichen übrigens genauso. Also wenn du vom ZDF irgendwas verwenden wolltest, die würden dir das genauso wegsperren. Weiter im Text. Ist das jetzt dieses berühmte Links-Blinken-Rechts-Abbiegen? Weil Wolf sagt zwar klar, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten würde, aber dass man jetzt auch nicht unbedingt etwas dagegen machen könnte, wenn die AfD und das BSW gemeinsam abstimmen würden. Weil das ist halt Demokratie. Und so eine Abschottung gegenüber der AfD, ja, das ist halt jetzt auch irgendwie sogar genau das, was Katja Wolf selbst viele Jahre sehr aktiv getan hat. So verweigerte Wolf konsequent als Oberbürgermeisterin von Eisenach gewählten Kommunalvertretern der NPD, später der Heimat und der AfD, den Handschlag bei ihrer Vereidigung. Obwohl sie gemusst hätte. Dafür zog die damalige Linken-Politikerin bis vor das Bundesverwaltungsgericht, um das nicht zu müssen. Später wurde in Thüringen sogar die Kommunalordnung verändert, damit ein Handschlag nicht mehr notwendig wird bei der Vereidigung. Wolf hat sich wortwörtlich fast den Arm ausgerissen, um Rechtsextreme nicht einmal die Hand reichen zu müssen. Und jetzt sagt sie, die Abschottung gegenüber der AfD ist politisch gescheitert. Dass so ein Parteiwechsel auch für einen Wechsel bei grundlegenden Haltungsfragen bedeutet, oder? Aber natürlich wird aus dieser moralischen Flexibilität erst ein Schuh, wenn man sieht, dass Sarah Wagenknecht in der FAZ diesen neuen Umgang mit der AfD noch einmal vertagt hat. Ja, aber Wagenknecht hat davon ja nie viel gehalten. Also Wagenknecht hat ja auch mit Alice Weide ganz früh zusammen ein Interview gegeben. Also das ist ja auch schon Jahre her, wo sie das gemacht hat. Also dass sie keine Angst vor solchen abstrusen Kontaktschuldvorwürfen und auch von diesem eher moralisch abschätzigen Umgang mit der AfD hat, sondern dass sie sich inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen wollte. Das war ja schon immer so. Also okay, da kannst du jetzt bei anderen Politikern in der Vergangenheit kramen, aber bei Wagenknecht ist das ja eigentlich ziemlich klar gewesen, schon die ganze Zeit auch immer, als sie in der Linkspartei war. ...verteidigt hat. Dort wird sie nämlich folgend zitiert. Der bisherige Umgang mit der AfD noch einmal verteidigt hat. Dort wird sie nämlich folgend zitiert. Der bisherige Umgang, reflexartig alles abzulehnen, was von der AfD kommt und sich dafür als große Demokraten zu feiern, hat Höcke und Co. offensichtlich nicht ausgebremst. Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, wird das BSW nicht behaupten, er sei grün. Absolut richtige Aussage. 100 Prozent. Genau das muss die Parteilinie sein. Also das ist auch eine Sache, die mir Hoffnung macht, dass man hier nicht irgendwelche komischen Abgrenzungsrituale, die in allen etablierten Medien immer hochgehalten werden, die anderen Parteien machen, dass man sich da in so eine Einheitsfront einreit, sondern dass man da eine eigene souveräne Position findet. Das ist sehr, sehr klug, dass das BSW das hier macht. Zwar spricht hier Sarah Wagenknecht natürlich schon richtigerweise etwas an, was ein Problem ist. Weil wenn man nicht mit der AfD zusammenarbeiten möchte, dann kann die Partei natürlich jede Abstimmung, an der sie irgendwie sich beteiligt und zum Beispiel zustimmt, als die Zusammenarbeit mit den Altparteien verkaufen. Man macht sich also durchaus ein bisschen zur Geisel von Leuten wie Björn Höcke, der das ja in der Vergangenheit auch sehr taktisch eingesetzt hat. Zum Beispiel bei der Wahl von Thomas Kemmerich, also Ministerpräsidenten von Thüringen. Aber Sarah Wagenknecht ist eben auch eine erfahrene Politikerin. Und was sie sagt... Ja, ein BSW-Kämmerich würde wahrscheinlich nicht zurücktreten. Also dass das BSW den Kemmerich macht, das kann man, glaube ich, ausschließen nach diesen Aussagen. Also ein BSW-Politiker, der wäre ja wohl standhaft genug, so etwas nicht mit sich machen zu lassen. Sagt sie sehr bewusst. Daher wäre es jetzt auch ein Fehler, einfach zu sagen, ja, damit hat sie jetzt schon recht. Weil man eben keine Geisel der AfD sein will. Weil dieser Vergleich mit dem blauen und grünen Himmel ist nämlich deutlich gefährlicher, als er auf den ersten Blick erscheint. Weil diese Formulierung ist im Kern schon extrem populistisch. Weil der Himmel eben blau ist. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und Wagenknecht sagt, wenn die AfD eine unumstößliche Wahrheit ausspricht, dann wird sie ihr auch nicht widersprechen. Doch die AfD spricht eben nicht vom Wetter und nicht vom Himmel. Die AfD spricht davon, dass der menschgemachte Klimawandel eine Lüge ist. Die AfD spricht... Es ist nicht so, dass sie hier keine Aussagen finden. Blendet nicht mal Beleg ein, sondern er blendet einfach ein Plankat ein, wo man sagt, dann ist der Klimawandel menschgemacht. Er belegt nicht mal das, was er überhaupt hat. Das ist ja witzig. Dass der menschgemachte Klimawandel eine Lüge ist. Die AfD spricht davon, dass die NATO Russland angegriffen ist. USA und NATO sind Kriegstreiber, ja. Das ist zum Beispiel eine dieser Aussagen, wo man sagen muss, die AfD hat hundertprozentig Recht. Und die verlinken hier sogar den Antispiegel. Das ist nicht mal irgendwie... Die sind nicht mehr rechts oder so. Also das ist ja einfach... Antispiegel, wer den nicht kennt, das ist ein Portal, das wird von Thomas Röper betrieben. Das ist ein deutscher Journalist, der in Russland lebt und da sehr viel drüber schreibt. Also das basiert. Oder was steht hier? Gott, ich erkenne. Griffen habe. Die New York Times hat im Detail berichtet, wie die USA und NATO-Staaten die Ukraine nicht nur mit Waffen- und Geheimdienstinformationen unterstützen, sondern dass auch westliche Soldaten von Spezialkommandos in der Ukraine aktiv sind. Sie sind zwar nicht an der Front, aber trotzdem macht das die USA und die NATO de facto zu Kriegsparteien. Ja, absolut. Absolut richtig. Also absolut richtig. Da kann ich nichts gegen sagen. Also das ist so eine der Aussagen, die Wagenknecht meint, wo man der AfD einfach recht geben muss. Davon, dass Deutschland noch immer ein besetztes Land sei, die AfD ist... Sofortiger, Deutsche endlich befreien, sofortiger Abzug der Alliierten und ihrer Atomwaffen. Ja, gute Forderung. Ich bin voll dabei. Also, das sind solche Aussagen. Ich sagen muss eher, wenn die AfD Frieden fordert, werden wir nicht sagen, nein, wir wollen Krieg. Deutsch auf an die Ostfront. Nein. Sagen wir, okay, ihr wollt Frieden, ist doch gut. Wollen wir auch. setzt die komplette LGBTQ-Bewegung mit Pädophilen gleich und die AfD fordert... Moment mal. ...setzt die komplette LGBTQ... Hände weg von unseren Kindern Gender-Propaganda. Hä? Das ist doch einfach nur was gegen Propaganda für die Gender-Ideologie. Das ist nicht die gesamte... Herr Wolfe lügt doch einfach hier die ganze Zeit. Er blendet AfD-Plakate ein, die vielleicht in diese Richtung gehen könnten, von der er hier berichtet, aber die sagen nicht das aus, was er behauptet. Das... Ja, was soll man dazu noch sagen? ...Bewegung mit Pädophilen gleich und die AfD fordert eine gnadenlose Migrations- bzw. Remigrationskampagne, welche Björn Höcke mit den Forderungen flankiert, das Bürgerrecht zu ändern und Millionen von Menschen abschieben zu können. Wenn man Recht und Gesetz durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Ja? Da muss natürlich das Staatsangehörigkeitsrecht wieder geändert werden. Das heißt, wir müssen zurück zum Staatsangehörigkeitsrecht bis Ende 1999 galt. Da gab es nur einen Pass. Das heißt, die Menschen werden sich dann tatsächlich entscheiden müssen. Und so wie ich gerade die türkische... Das heißt, die Menschen werden sich dann tatsächlich entscheiden müssen. 1999 galt. Da gab es nur einen Pass. Das heißt, die Menschen werden sich... Da ist ein Schnitt zwischen. Ein Schnitt, in dem Wolfi nichts sagt. Also die Aussagen, die jetzt fallen werden, die fallen in einem anderen Kontext als die Aussagen, die eben gefallen sind. Dann tatsächlich entscheiden müssen. Also da hat der Bittschirm gerade schwarz geworden. Da war ein Schnitt zwischen. Und so wie ich gerade die türkische Community in Deutschland kenne, werden sich viele für die türkische Staatsangehörigkeit entscheiden. Davon bin ich überzeugt. Deswegen ist diese Doppelstaatsbürgerschaft, so blöht sich das jetzt an, eine gewisse Chance, auch einen Großteil derer auch wieder zur animierenden Zahmerland zurück. Wenn Sarah Wagenknecht also sagt, dass das BSW nicht widersprechen wird, wenn die AfD eine Wahrheit ausspricht, dann meint Wagenknecht damit eben auch, dass sich ihr Bündnis aussuchen können will, wann sie eine AfD-Forderung unterstützt und wann nicht. Exakt. Ich dachte jetzt, oh Gott, was kommt jetzt für ein absurdes Geschwurbel. Was wird der jetzt schon wieder für eine Lüge über das BSW auspacken? Aber dann exakt darum geht es. Das ist Souveränität. Das ist eine Souveränität, die sich jede politische Partei versuchen sollte zu erarbeiten. Man sollte sich nicht von seinen Gegnern abhängig machen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Man sollte selbst entscheiden, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Und diese Souveränität erarbeitet sich das BSW gerade. Und das ist die absolut richtige Strategie. Alles andere führt nur in den Untergang. Also die Linkspartei, die hat ja versucht, sich anzubiedern. Die hat versucht, sich von den Grünen und der SPD sagen zu lassen, was sie fordern darf. Und die Linkspartei ist dadurch untergegangen. Das BSW, das wird diesen Fehler hoffentlich nicht wiederholen. Weil ob der Himmel dann blau, grün oder braun ist, das entscheidet dann nur noch das BSW. Zum Beispiel. Ist jetzt schon klar. Ja, ja. der BSW wird natürlich sagen, der Himmel ist blau, alles andere wäre ja Schwachsinn. Aber, äh, auf jeden Fall. Ja, es geht um Souveränität. Das Wagenknechtspartei die sogenannten Untersuchungsausschüsse zur Corona-Pandemie unterstützen will, die die AfD gefordert hat. Hintergrund ist, dass damit die AfD und das BSW dem extrem starken Querdenkerlager in den eigenen Reihen endlich die Tribunale liefern wollen, die man so lange beschworen hat. Ja, und die es auch braucht. Also, wir wissen ja durch die RKI-Files, dass da extrem viel falsch gelaufen ist. Wir haben ja die ganze Hetze gegen Ungeimpfte gesehen. Wir haben ja, ähm, also ich war ja, ich war ja auch total unkritisch gegenüber der Medienberichterstattung während Corona. Und ich hätte auch gerne, dass das mal aufgearbeitet wird, was damals in den Medien, in der Politik falsch gelaufen ist. Und wie gesagt, durch die RKI-Files wissen wir beispielsweise, dass diese Erzählung von der Pandemie der Ungeimpften, die von vielen Politikern, die von vielen Medien verbreitet wurde, dass die nicht stimmte, dass das RKI das wusste, dass das RKI gefragt hat, ob es da widersprechen soll und dass das dann untersagt wurde. Also, wir wissen, dass es da politische Einflussnahme gab, um gegen Ungeimpfte hetzen zu können. Also, das ist alles nachgewiesen jetzt. Und es kann bezweifelt werden, ob man hier mit offenem Visier jetzt Fehler aufarbeiten will oder aber vermeintliche Schuldige ans Kreuz nageln wird. Und vielleicht wäre zum Beispiel das BSW auch sogar dabei, wenn es darum geht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu zerschlagen. So äußerst... Hoffentlich. Hoffentlich. ...de sich Wagenknecht zuletzt nämlich sehr kritisch gegenüber einer Erhöhung des Beitrages für den ÖRR. Und wenn man bedenkt... Also, wir könnten vernünftigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben mit 10% des aktuellen Beitrages, wenn das politisch gewollt wäre, aber es ist politisch nicht gewollt. Wie Wagenknecht sich in den vergangenen Monaten präsentiert hat, ist sie vielleicht nur eine nicht ausgesprochene Einladung zu einer Talkshow davon entfernt, die Abschaffung des ÖRR doch zu fordern. Und dann werden auch Menschen wie Katja Wolf genau das in Thüringen auch umsetzen. Weil das hat die Spitzenkandidatin ja jetzt auch sehr eindrucksvoll bewiesen. Im BSW gibt es genau eine Meinung, eine politische Linie. Und das ist die von Sarah Wagenknecht. Ja, es ist gut, dass man eine hohe politische Homogenität da hat. Dass Wagenknecht da einen klaren Kurs vorgibt. Beziehungsweise, dass es da ein klares Programm gibt, an das sich alle zu halten haben. Das war ein Problem in der Linken, dass da jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat. Das ist jetzt im BSW offensichtlich nicht der Fall, sondern die Landesverbände sind da ziemlich auf Linie. Also, eben hat er noch... Also, das ist auch interessant. Also, eben hat er noch kritisiert, dass es da einen Widerspruch in irgendwelchen Äußerungen von Wolf gäbe. Und jetzt gibt es im BSW doch eine klare Linie. Ja, es gibt diese klare Linie. Also, das, was du am Anfang über die Äußerung von Wolf gesagt hast, dass sich das ja irgendwie widersprechen würde, ist ja nicht so. Also, auch der Thüringer Landesverband steht hinter der Parteilinie offensichtlich. Vielleicht ist eben nicht nur eine extrem kremeltreue Stalinistin, die mit dem Pinsel von Wladen... Irgendwann muss das noch kommen. Also, ich glaube, wir sollten... Ein Gastvertrag von Mirko Sascha-Kowalczuk. Oh Gott, das ist doch dieser Historiker, der dort gegen Ostdeutsche hetzt. In dem müssen wir uns, glaube ich, auch mal was ansehen. Das sind immer irgendwie diese gleichen Experten und Historiker, die da angeführt werden, wenn es darum geht, gegen Wagenknecht zu hetzen. Ademir Putin getränkt im Blut rote Linien neu zeichnen will, sondern sie ist auch eine machtbewusste Strategin. Also, getränkt im Blut. Also, das gilt nicht für diejenigen, die diesen Krieg bis in die Ewigkeit fortsetzen wollen und die die amerikanischen Machtinteressen bis zum letzten Ukrainer verteidigen wollen, sondern das gilt für diejenigen, die einfach einen Frieden fordern, besser heute als morgen. Ja, zu der Propaganda brauche ich nicht mehr viel sagen, habe ich in vergangenen Videos schon alles zugesagt, aber es ist jedes Mal der gleiche Unsinn. Propaganda funktioniert nicht durch besonders gut argumentierte logische Argumentationsketten. Propaganda funktioniert durch ständige Wiederholungen. Genauso arbeitet Hellwolf hier. Und sie kapitalisiert einen gnadenlosen Populismus hinter einer von ihr selbst ausgehüllten Phrase, die sie selbst Frieden nennt. Jedoch zieht genau diese... Frieden. Ein Interessensausgleich zwischen beiden Seiten, mit denen beide dauerhaft leben können. Das braucht es in der Ukraine. ...Taktik gerade sehr gut, weil den Menschen, die sie wählen, am Ende klar ist, was dieser Frieden wirklich ist. Die Forderung nach einer alten Weltordnung, in der man sich irgendwie halt es gemütlich gemacht hatte. Einer Welt, in der Freunde und Feind klar geregelt waren. Das Leben einfach war und man nur wenig bis gar nicht für sich selbst Verantwortung übernehmen musste. Nicht ohne Grund sind sehr, sehr viele ehemalige SED-Funktionäre im Osten sofort aus ihren bisherigen Parteien ausgetreten, als das BSW sich formiert hat. Das BSW verkörpert eine entdrückte Sehnsucht und aus dieser Sehnsucht heraus macht Wagenknecht eine Waffe. Eine Waffe, die nur sie selbst hält. Und Sarah Wagenknecht spricht vielleicht nicht offen von einer Partnerschaft mit der AfD, aber wenn wir ehrlich sind, gehören die AfD und das BSW zur gleichen Seite einer Medaille. Beide arbeiten mit den gleichen Mitteln, folgen den gleichen Mustern und fordern wohl auch aus sehr ähnlichen Motivationen heraus die gleichen Dinge. Beide Parteien haben ein Problem mit kritischem Journalismus und blocken jede Kritik an ihnen als Propaganda gegen sie ab. Beide? Was? Die Parteien haben ein Problem damit, weil sie in die Nähe des Nationalsozialismus kommen können, wie durch diesen Videotitel. Also bisher sind wir jetzt bei 923 und wir haben noch keine Belege für den neuen Nationalsozialismus gesehen. Also ich bin gespannt, wie er das noch begründen wird. Viel Zeit hat er in dem Video nicht mehr. Liegen ein Welpe zutage? Was von Verachtung und Ausgrenzung geprägt ist. Das BSW und die AfD. Zusammen wären sie die finale Kombination aus Nationalismus und Sozialismus. Und ich bin mir sicher. Also erstmal ist das völliger Unsinn. Das BSW ist keine sozialistische Partei. Das BSW ist eine klassisch sozialdemokratische Partei. Es vertritt die Sachen, die der SPD vor 30 Jahren noch vertreten hat. Also höhere Steuern für Reiche, geringere Steuern für die Mittelschicht, Auflösung der NATO, Ersetzung ihrer durch ein kollektives europäisches Sicherheitsbündnis unter einem Bezug Russlands. Eine Außenpolitik, die nicht auf Militärinterventionen und Waffenlieferungen, sondern auf friedliche Konfliktlösungen setzt. Migrationsbegrenzung, das war ja auch immer ein Punkt, den Lafontaine sehr offensiv vertreten hat. Das waren alles Punkte, die früher die SPD vertreten hat. Also das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Das ist vollkommen absurd. Also das klassische sozialdemokratische Politik ist das. Dass Björn Höcke schon heute eine nasse Unterhose bekommt, wenn er daran denkt, wie er mit dem BSW in Zukunft in Thüringen jede Politik durchbringen kann, sofern Wagenknecht ihren Teil vom Kuchen halt nur da abbekommt. Wagenknecht wird sich wiederum sehr, sehr... Also auch das hier ist schon wieder Framing. Nein, Höcke würde nicht jede Politik der AfD durchbringen, sondern halt die vernünftigen Vorschläge, die die AfD macht. Also wenn die AfD fordert, wir sind gegen eine Stationierung amerikanischer Raketen in Thüringen, wir sind gegen eine... Also wir sind gegen die Kriegspolitik mit Russland, wir lassen jetzt im Landtag eine Resolution, natürlich würde das BSW dazustimmen. Alles andere wäre absurd. Oder wir sind für einen Untersuchungsausschuss wegen Corona, natürlich würde das BSW dazustimmen. Wäre ja absurd, dagegenzustimmen. Also das sind ja alles Dinge, die das BSW auch vertritt. Aber es wird halt keine Koalition geben, man wird halt nur bei den Sachen zustimmen, die man auch so sieht. Was ein völlig normaler parlamentarischer Umgang ist. Also ja, jetzt bin ich immer noch gespannt, wie er auf Nationalsozialismus kommt. Jetzt hat er dem BSW Nationalismus vorgeworfen, dem BSW Sozialismus vorgeworfen. Wie gesagt, stimmt nicht mal, ist nicht mal eine sozialistische Partei auf den Nationalismus. Okay, das kann man sicherlich so vorwerfen, aber der Nationalsozialismus, war ja eine sehr spezifische Ideologie, die noch einige andere Sachen umfasste, außer, wie gesagt, auch die war keine sozialistische Partei. Das war ja nur Namensgebung. Sehr teuer verkaufen. Und selbst wenn das BSW in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wirklich nicht die AfD unterstützen wird, wäre doch jede Regierung, die von ihrer Gnade abhängig ist, schwebend gescheitert. Im Endeffekt kann man also direkt nach den Wahlen Neuwahlen ausrufen. Und ich habe da ehrlich gesagt echt langsam keine Hoffnung mehr. Nee, kann man nicht. Es wird Minderheitsregierung geben. Also was spricht denn dagegen, dass Michael Kretschmer und Dietmar Woidke oder Björn Höcke in der Minderheitsregierung regieren? Das können sie doch machen und sich dann im Parlament ihrem Erhalten so zusammensuchen, wie sie es gerade brauchen. Also das ist doch nichts, wovon irgendwie die Demokratie hierzulande untergehen würde. Dass es wirklich zu einer stabilen Regierung kommen kann in den Bundesländern. Ich würde mich zwar freuen, wenn ich widerlegt werde, aber naja, es ist eben mein Glaube, dass der Himmel bald im Osten wieder ein bisschen brauner sein wird. So dumm wie es klingt. Und ja, hier im Skript steht jetzt noch, dass hier etwas Positives zum Ende dieses Videos gesagt werden soll. Also, ja, keine Ahnung. Hey, in Leipzig, ja da lief der Gegenprotest zum CSD für die rechtsextremen Teilnehmer total bescheiden. Das ist doch auch mal eine gute Meldung, oder? Also, außer Mangelung vieler anderer positiver Dinge. Ja, dann nehmen wir jetzt das, oder? Also, gut. Danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit. Okay, ja, was soll man dazu sagen? Also, was soll man dazu sagen? Es ist immerhin keine NS-Relativierung gewesen. Er hat halt das Wort Nationalsozialismus verwendet, um halt so eine Referenz dazu zu haben. Aber er hat das BSW jetzt nicht mit dem historischen Nationalsozialismus verglichen. Ähm, ja. Immerhin das. Also, es war nur ein vollkommen widerwärtiger Clickbait-Titel. Und zig Unterstellungen gegenüber dem BSW, die halt einfach nicht stimmen. Aber es war immerhin, immerhin keine Verharmlosung des historischen Nationalsozialismus. So viel muss man ihnen an dieser Stelle anrechnen. Also, darüber ist man bei solchen Videotiteln bei Hey Wolfi ja mittlerweile schon froh. Aber, ja, wirklich erbärmliche Propaganda, die wir uns hier anschauen. Mehr kann man zu diesem Kanal nicht sagen. Ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, da auch in Zukunft drauf zu reagieren, denn solche Tabubrüche, die kann man erst recht, wenn sie 10.000 Abonnenten erreichen und in dieser ganzen Woken-Links-liberalen Szene gefeiert werden, die kann man nicht komplett ignorieren. Dem sollte man schon eine gewisse Aufmerksamkeit widmen. Die kann man nur auf dem Markt und die kann man nur auf dem Markt aber es ist nicht toll, Vielen Dank.